Das ist die nächste Programmvorschau. Hier jetzt wieder ein Punkt rausgegriffen. Verdorbene Kindheit gibt mir zwei, wählen mit 16. Aber da gibt es noch viel mehr Points, auf die ich eingehe. In erster Linie natürlich wieder you gewatched. Könnt ihr dann schauen bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei WignusTV aufrufen. Entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit. Und dann vielleicht bis gleich. Tschaui!